Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie ist also mit 40 und mehr Metern pro Tag unterwegs. Das heisst für viele Pendler, dass sie nicht mehr pendeln können. Sie müssen jetzt einen bis zu zweistündigen Umweg in Kauf nehmen, um heute Morgen zum Arbeitsplatz zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017